Ich finde es total... Konzentrier dich! Kunst ist ja auch Interpretation. Hör auf mich, wie geht's das in der Öffentlichkeit? Ich finde, wir sind Künstler. Kann ich jetzt auch noch künzen? Oh. Da geht's schon los. Schon verkehrt. Ich hätte vielleicht nur was Einfaches essen müssen. Felicitas! Konzentrier dich! Ist das eine Autobahn? Ist voll schwer jetzt auch so. Felicitas! Hör auf mich, Felicitas, in der Öffentlichkeit. Setz, hast du das Gefühl? Mal nochmal nach, ich hab grad zu sehr gedacht. Dein Pulli ist gleich schwarz. Oh! Die vier, ehrlich? Ja, aber deine Nummer wäre jetzt zu kompliziert geworden. Deswegen habe ich jetzt ganz egoistisch meine Nummer da reingeschieben. Dein Tipp war wirklich nicht absetzen. Ja, das war besser. Das war jetzt zum Reifen. Klar! Oh bitte, oh Gott! Oh Gott! Kannst du ein bisschen fester drücken? Das war kein Strich. Kannst du ein bisschen fester drücken? Ja! Kannst du nochmal nachmachen? Ja? Ja, warte. Ich hab's jetzt. Was heißt das? Das macht kein... Du willst nur eine Massage haben. Ja? Ich bin fertig. Ich auch. Und du hast auch fertig. Sieht so aus wie eine Gießkanne. Weißt du, was sein soll? Oh, ein Trucker! Und welcher? Ich bin fertig. Kunst ist ja auch Interpretation. Der Singfall. Super!